Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Es hat mich einige gefragt, wo man das Uber Dungeon machen kann, das Uber Gewölbe, wo man dann Malpha herausfordern kann. Ihr erinnert euch den Boss aus der Questline und darum geht es heute. Einmal hier um das Gewölbe des Webstuhls. Da gehen wir auch einmal rein. Das habe ich heute im Stream mit ein paar Mitspielern gemacht und am besten blende ich euch das einmal hier nebenbei ein, um euch ein bisschen was zu erklären. Also wenn ihr das Dungeon starten wollt, müsst ihr erstmal hier am Anfang das neue Item haben und zwar siebenmal, hatte ich euch auch gestern schon gesagt, der glühende Kern, den ihr von Malpha's Herold bekommen könnt in den Beben auf der World Map von diesem Feuerkelchen, wo ihr Spiritkerne und Steine reinwerfen müsst, wo dann viele Gegner kommen. Aber ihr kennt das, habe ich euch die letzten Tage schon erklärt. Und dort habt ihr dann eine Chance, einen glühenden Kern zu bekommen. Sieben Stück braucht ihr und dann könnt ihr das Dungeon starten. Am Ende und in dem Dungeon gibt es viele Soltun-Kisten, wofür ihr dann Soltun-Schutz braucht. Deswegen nehmt mal hier so 40 bis 50 mit, um alle Kisten aufmachen zu können. Und wenn ihr dann in den Dungeon reingeht, dann könnt ihr vier Wege gehen und dann ist jeder Weg ein Dungeon. Einmal Glut, einmal Tinte, einmal Kupfer, einmal Stein. Ihr müsst in jedes Dungeon reingehen und keine Sorge, das ist nicht so mega lang, das geht wirklich richtig, richtig zackig. Wenn ihr zu viert seid, dann könnte sich sogar jeder ein Dungeon machen, das dauert keine Minute und dann könnt ihr direkt zum Endboss gehen. Also gerade wenn ihr zu viert seid, geht das richtig, richtig schnell. Und der Endboss, der ist dann richtig knackig. Und der hat auch ein paar Dinge, die ich erkannt habe und die auch wichtig sind zu wissen, um den richtig besiegen zu können. Weil der spawnt im Uhrzeigersinn eine Falle, nenne ich sie mal. Das ist so eine Säule an der Seite und die Säule sagt aus, welchen elementaren Schaden und welche elementaren Attacken er macht. Da gibt es einmal Gift, einmal Elektro, einmal Eis und einmal Feuer. Und gerade Feuer und Elektro sind richtig, richtig böse, weil die können One-hitten. Also Feuer ganz böse, Gift ist eigentlich relativ easy und Eis auch relativ easy. Und wenn ihr diese Säulen kaputt macht, dann geht das zur nächsten Säule im Uhrzeigersinn. Und es ist, fängt, also wo es anfängt ist random, aber oben rechts habt ihr Feuer, unten rechts habt ihr dann Gift. Danach kommt Elektro und dann kommt Eis und dann fängt es wieder bei Feuer an. Und mein Tipp ist, die Feuerstatue immer sofort kaputt machen und die Elektrostatue, damit ihr direkt einen weiterspringt. Und dann während Eis und Gift gegen Malpha kämpfen. Ihr müsst aber aufpassen, ungefähr nach 30 Sekunden, wenn ihr diese Säule, diese Falle, diese Säule nicht kaputt gemacht habt, dann kanalisiert Malpha einen Strahl zu dieser Säule, ungefähr 3-4 Sekunden lang und macht danach eine Attacke, die AOE Damage über die gesamte Fläche macht und die alle One-hittet. Deswegen dürft ihr auch nicht zu lange auf Eis oder Gift bleiben, sondern müsst ihr so nach 20-30 Sekunden kaputt machen, dann wieder einmal Feuer oder Elektro kaputt machen und dann wieder nochmal einen weitergehen, damit ihr weiterkämpfen könnt. Wenn ihr einen 500 Millionen Barbar dabei habt, dann ist das sowieso egal, weil der One-shottet den. Aber wenn ihr so wie ich mit einem Gewittersturm-Barbaren, mit einem Gewittersturm-Truiden drin seid, oder eure ganze Gruppe aus Gewittersturm-Truiden besteht, dann müsst ihr das ein bisschen clever machen und dort richtig gut ausweichen und das auch clever gegen den spielen. Wenn ihr den dann besiegt, dann gibt es ganz viele legendäre Drops und auch ganz viele Items und ihr habt auch die Möglichkeit, die zwei Unique-Leitsteine zu bekommen für eurer Pet. Die gibt es nur dort, das heißt, wenn ihr die haben wollt, müsst ihr zwangsläufig Malpha besiegen und diesen Dungeon machen. Meine Empfehlung, genauso wie bei Duriel, macht da Rotationen, weil sieben Kerne sind schon relativ teuer und das Ganze dann auch noch beim Boss relativ schwierig alleine. Deswegen, vor allem dauert es auch lang, wenn jeder in ein Gewölbe geht, dann habt ihr das ruckzuck fertig. Wenn ihr alleine jedes Gewölbe machen müsst, dann dauert das wirklich lang. Wenn ihr da Hilfe braucht, joint auf jeden Fall unseren Discord, da findet sich bestimmt der ein oder andere, der euch da hilft. Ansonsten werde ich das bestimmt im Stream auch nochmal machen oder halt einfach im Clan reinkommen. Im Clan war heute der Vibe und da haben wir auch wieder Platz, wenn ihr da dabei sein wollt, haben wir noch 40 Plätze frei, also da könnt ihr auf jeden Fall auch mit reinjoinen. Let's go! Man braucht einfach nur schleimglitschiges Ei gibt es hier. Hier gibt es Duriel-Materialien. What the fuck? Ja. What the fuck? Und hier gibt es eine Vierer, eine Zehner, ist das alles? Nur eine Vierer und Zehner, dafür habe ich 80 Schutz genommen. Eine Vierer und eine Zehner? Viele haben mich zum Endbild vom Gewittersturm-Druiden gefragt und der wird kommen. Morgen mache ich den für euch fertig, da werde ich alles erklären, wie ich es schaffe, dass Ressourcen nochmal voll sind, welche Items ich benutze und so weiter. Wir haben heute nochmal ganz viel Duriel gemacht, um da die richtigen Items zu bekommen. Ihr seht das auch schon, alles bei mir ist 925 Gegenstandsmacht, weil wir schon relativ Duriel gemacht haben, relativ viel Duriel gemacht haben. Wenn ihr auch bei Duriel dabei sein wollt, sammelt Scherben und Eier und seid nächste Woche live im Stream mit dabei, da werde ich wieder Duriel-Rotation machen. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Foto auf den Kanal freuen, ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein! Bis zum nächsten Mal!